Ja, vielen Dank, Anna. Jetzt bin ich hier die Nerd-Tante für den Rest des Tages. Es ist okay, komme ich heute mit klar. Ich finde aber dieses Neugierig-Nachfragen ja eigentlich eine ganz gute Eigenschaft. Und ich glaube, sie steht uns allen sehr, sehr gut. Insbesondere in Zeiten, in denen viele Antworten kommen wie, es geht nicht anders. Das ist halt so. Und genau das macht Wissenschaft ja auch. Zumindest eine Wissenschaft, die mit historischem Interesse so ein bisschen versucht anzugucken, wie sind denn eigentlich die Dinge in die Welt gekommen, die wir heute Normalität nennen? Und was wäre vielleicht auch mal interessant zu überlegen, wie wir sie heute ändern wollten, damit wir andere Realitäten in der Zukunft schaffen können? Und aus dieser Perspektive möchte ich heute dieses Phänomen Geld mit euch zusammen angucken. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch alle bekommen habt, aber Wissenschaftlerinnen machen ja auch manchmal Experimente. Und als ich am Eingang dieses hier bekommen habe, habe ich gedacht, das bietet sich jetzt komplett für ein Experiment an. Frage, wer von euch würde mir für diese 10 Euro drei Kaffee holen und hier an die Bühne bringen? Oh, nur einer? Okay, okay, nach dem Talk, in der Pause. Alles klar. Jetzt haben wir hier dieses Top-Zeug, ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommen habt, in meiner Goodie-Bag war das drin. Esspapier, ich kann richtig auftoppen, 500 Euro. Wer würde für diese 500 Euro die Kaffee holen? Okay, okay. Manchmal funktionieren Experimente nicht ganz so, wie man gehofft hat. Die sind also viel zu nette Leute. Was ich machen will oder worauf ich hinaus will, ist eigentlich zu überlegen, warum ein und die gleiche total nutzlose Sache in unserer Gesellschaft was total Wichtiges ist, nämlich das und das andere, obwohl sich ja eigentlich erstmal so nicht so richtig unterscheidet, im Nutzwert vielleicht noch, danke, dass ich deswegen nichts essen kann, während das überhaupt keinen eigenen Nutzwert hat, wahrscheinlich eher in irgendeinem Mülleimer landet, außer man steht total auf Erdbeer. Und deshalb ist es so spannend, sich zu überlegen, wie könnten wir denn eigentlich Geld als etwas anderes als als Dinge wahrnehmen, weil diese Dinger sind ja in sich nicht so besonders wertvoll. Und das ist genau die Idee, die ich heute mit euch teilen möchte, nämlich Geld als eine soziale Technik anzugucken. Wir sind ja auf einem technologieorientierten Kongress hier und deshalb ist es für mich immer wieder spannend, auch zu überlegen, wo kommt denn Technik her? Der Begriff ist ja was ganz Faszinierendes, kommt so in dieser Mittel zum Zwecklogik, aber auch mit etwas Künstlerischem. Aus dem 18. Jahrhundert von Technika, altgriechisch Technikos, Fähigkeit, Kunstwerk, Kunstwerklichkeit, Handwerk. Ist ja eigentlich was total Schönes. Und wenn wir uns überlegen, wie Geld in die Welt gekommen ist, dann ist das auch eine der verrücktesten Erfindungen vielleicht überhaupt der Menschheit. Und deshalb macht es, glaube ich, so viel Sinn, sie als so eine soziale Technik mehr zu verstehen, denn als ein Ding. Um heute auch ihre Wirkung in unserer Gesellschaft nachvollziehen zu können. Und die besondere Wende hat, glaube ich, in dem Moment stattgefunden, als wir Fiat-Geld erfunden haben. Das gab es ja auch nicht immer. Ich gehe gleich nochmal kurz auf die Funktionen von Geld ein, aber das war ein Phänomen, mit dem vor allem Kreditvergabe sehr, sehr vereinfacht wurde und natürlich auch zeitlich und örtlich entkoppelt stattfinden konnte. Fiat-Geld, und damit haben wir auch den großen Unterschied zwischen diesem Stück Papier und diesem S-Papier, ist von Gremien in die Welt gesetzt worden, gedruckt worden in dem Fall noch, die, das sieht man mit diesem roten unterstrichenen in der Bank of England Banknoten noch, ich verspreche, der Person, die diesen Schein trägt, die Summe von 10 Pfund zu übergeben. Was ja eigentlich verrückt ist. Nur durch dieses Versprechen hat ein Stück Papier einen Wert gefunden, einen Tauschwert, der deutlich höher ist als den Nutzwert, den diese Lappenpapier sonst hätte. Und das, was noch interessant ist, ist, dass wir damit ja eigentlich an dem Punkt sind, wo es Geld entstanden, zumindest die Fiat-Geld ohne Nutzwert, nämlich als eine soziale Innovation, als eine gemeinwohlorientierte Technologie, die ja die Kooperation und Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft auf eine ganz neue Stufe heben konnte. Und deshalb fand ich es fantastisch zu sehen, dass der Ursprung, wieder mal im Lateinischen von Fiat, ist, es sei getan, es geschehe. Also der Impuls, wir wollen etwas freisetzen, wir wollen etwas bewirken. Und dieser Wirkung auf die Spur zu kommen und zu überlegen, was sind denn dann die Funktionen von Geld? Hier werden typischerweise drei unterschieden. Einmal das Tauschmittel, also nicht, ich muss mit meinem Apfel durch die Gegend laufen, bis jemand, ich will eine Kartoffel haben, vielleicht einen Apfel für die Kartoffel haben will. Da war die Idee, man macht hier dieses Tauschmittel in die Mitte und dann können alle mit Geld tauschen und ich muss nicht so lange rumlaufen, bis ich zufälligerweise jemandem begegnet bin, der das haben will, was ich anbieten kann. Also vereinfachte Markttransaktionen total. Macht es auch leichter, das mitzunehmen. So eine Kuh im Vergleich zu einem Schein in der Tasche, anderes Ausmaß an Zahlungsaufwand, den wir betreiben müssen. Sehr sinnvoll. Wertmessung. Die nächste Idee ist, dass es um so etwas wie Äquivalente geht und Einheiten, dass ich durch Bepreisung, das ist ja unsere typische Form des Ausdrucks, einen Wert darstellen kann und damit auch vergleichen kann und Rankings machen kann. Und das eben nicht mehr in einer Anzahl Muscheln, sondern in einer abstrakten Form des Ausdrucks. Die dritte typische Funktion ist dann eben die Wertaufbewahrung. Geld wird nämlich nicht schlecht. Die Äpfel, irgendwann sind sie durch, aber Geld ist etwas, das kann ich auch horten und aufbewahren und damit für die Zukunft nutzen. Das heißt, es ist eine sehr interessante Form von Aufbewahrung von Wert. Damit stellen sich aber drei Fragen, wenn wir sagen, das sind die Funktionen und es soll etwas werden und es soll etwas entstehen. Nämlich was? Also wenn wir das Geld in die Welt bringen und sagen, das ist auch so etwas für eine gemeinwohlorientierte Technologie gewesen, weil es sind ja die Banken, vor allem die Zentralbanken und die Staaten, die überhaupt die Hand ins Feuer dafür legen, dass diese Scheine was wert sind. Und deshalb bis heute können Finanzmärkte überhaupt nicht bestehen, wenn nicht regulatorisch dafür gesorgt wird, dass die Verträge, die sie eingegangen sind, im Zweifel auch durch Jurisdiktionen eingehalten werden. Oder in dem Fall der Finanzkrisen, dass so etwas wie Länder auf Last Resort Banken einspringen und sagen, wir garantieren, dass diese Werte nicht verfallen. Das heißt, diese ganze Idee spätestens bei den Finanzmärkten, dass Staat und Markt irgendwie getrennt ist, ist totaler Quatsch. Es gibt keine Finanzmärkte ohne staatliche Regulierung. Und deshalb ist es so wichtig zu fragen, wer die staatliche Regulierung im Bereich Finanzen denn vorangetrieben und auch sehr stark verändert hat. Das wird ein Punkt sein, wo wir hingucken. Dann die Wertmessung. Welche Ergebnisse wollen wir denn erzielen? Also wie können wir das eigentlich anzeigen, ob wir da auf einem guten Weg sind? Und die dritte bei der Wertaufbewahrung, welche Bestände, also was wollen wir denn eigentlich aufbewahren, was wollen wir denn erhalten, wenn wir sagen, dass wir das auch bilanzieren, sprich in Geldwerten ausdrücken wollen? Ich fange mit dem Tauschmittel an. Da sehen wir nämlich folgende zwei Probleme, die ich aufmachen möchte, weil mir das auch so total wichtig ist, weil wir momentan ganz viel hören. Wir können uns entweder um soziale Fragen kümmern oder um ökologische, aber beides geht nicht. Ich würde es gerne umdrehen. Ich würde gerne sagen, wenn wir ein anderes Geldsystem hätten, könnten wir beides machen und viel besser gesellschaftliche Ziele erreichen. Warum? Und das ist der Kernfokus, den ich hier legen möchte, weil wir, wenn wir überlegen, diese Äquivalenzfrage, dann sollte ja ein Tauschmittel so eingesetzt werden, dass ich genug Leistungen in einer Gesellschaft freisetzen kann. Also Menschen ermögliche, Dinge zu tun, von denen wir sagen, sie tragen gut dazu bei, dass wir gesellschaftliche Ziele erreichen können. Das wäre eine sinnvolle Strukturierung dieser sozialen Technologie. Und dann kommen wir zu der Frage, was passiert da gerade. Dies ist, ich war letzte Woche auf dem Sozialwirtschaftskongress, mal die Zusammenfassung von einer Erfolgsgeschichte auf der einen Seite, wenn man sich rein monetär drauf guckt und einer ziemlichen Überforderungsgeschichte, wenn man sich anguckt, was das mit Menschen macht und was das vor allem mit unserer Fähigkeit macht, sozial eine gute Versorgung für die Personen in unserer Gesellschaft zu organisieren, die es nicht mehr für sich alleine bewerkstelligen können. Und das gilt im Pflegebereich für die Kleinen wie für die Großen genauso. Was Sie da sehen, sind so Brutto-Wertschöpfungsberechnungen. Das ist so, wie viel ein Sektor zu dem Gesamt-Bruttoinlandsprodukt da beigetragen hat. Und was Sie da sehen, ist eine totale Erfolgsgeschichte, weil die Sozialwirtschaft ist schneller gewachsen als der Durchschnitt mit 4,2 Prozent. Vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt, dass sehr viele private Investoren reingegangen sind in den letzten vor allem zehn Jahren, als das Geld billig war und viele der öffentlichen Institutionen ein Stück weit aufgekauft haben. Denn was gleichzeitig passiert ist, dass die Erwerbstätigen nur um 2,2 Prozent zugenommen haben. Wenn ich das aus der Geldbrille angucke, super, weil Produktivitätssteigerung heißt, wir erreichen das gleiche Ziel mit viel weniger Kosten. Was das aber im Endeffekt für die Personen heißt, die dort arbeiten, ist maximale Überlastung, ich kann überhaupt keinen Urlaub mehr machen, ich kann am Wochenende nur noch zusammenbrechen auf der Couch und ich kann auch nicht streiken dafür, dass sich das ändert, weil ich genau weiß, dass dann Menschen unversorgt in ihren Institutionen vor sich hin vegetieren würden. Das heißt, da haben wir eine totale Fehlallokation von einem Tauschmittel, wenn wir darüber nachdenken, was wir denn eigentlich eintauschen wollen. Und das zieht sich durch in der durchschnittlichen Vergütung. Das ist jetzt eine DEW-Studie, die dahingeschaut hat, von systemrelevanten Jobs. Das ist ja der ganz, ganz spannende Begriff. Wenn wir etwas systemrelevant nennen, dann müssten wir sagen, wir haben auf jeden Fall ausreichend Tauschmittel, es geschehe, es soll entstehen, in Einsatz gebracht, um diese Ergebnisse erzielen zu können. Systemrelevant heißt, wenn die nicht da sind, dann bricht unser volkswirtschaftliches System, unsere Versorgungszielgröße zusammen. Und jetzt sehen wir die Gesamt, alle Berufe, Durchschnittslohn ist höher als bei diesen systemrelevanten Jobs. Und da finden Sie alles Gesundheitsversorgung, Logistik vor allem, aber auch die Pflegeberufe etc. Und Sie sind der einzige Ausreißer. Das sind dann die Ärzte und Ärztinnen, also alle, die mit einem weißen Kittel daherkommen, die Götter in Weiß. Die schaffen das, komplett rauszulaufen. Aber da vergessen wir auch wieder, wer denen alles zuarbeitet. Die rutschen nämlich genau wieder weiter nach unten in der Vergütung. Und das, was ich noch relevant finde, und das ist auch ein Thema, wenn wir mit Geldwerten reden, welche Werte drücken wir dabei aus? Das ist nämlich das Berufsprestige, die Reputation oder auch die Wertschätzung, die damit schwingt. Und wenn wir das angucken, der Wert oben in grün, wieder gesamt alle Berufe mit 63,2 ist auch deutlich höher als bei den systemrelevanten Jobs 58,6. Das heißt, wir haben in zweifacher Form, in dem Ausdruck von Geld, Vergütung für diese Leistung, als auch in der Art, wie wir darüber sprechen und wertschätzen, was in diesem Sektor passiert, denken Sie mal an die ganzen Headlines, die erfolgreichen in unserer Republik. Wer sind die erfolgreichen in unserer Republik, die dies geschafft haben, viel Geld bei sich anzusammeln? Warum eigentlich? Wenn wir doch genau wissen, dass viele dieser Verhandlungen gar nicht frei sind, sondern a, viel zu wenig von Tarifverträgen gedeckt sind, im Bereich Pflege insbesondere und b, dann aber eben auch tarifvertragliche Verhandlungen gar nicht in der Hand derer liegen, sich für eine Vergütung in dem Ausmaß einzusetzen, wie sie vielleicht eigentlich als Tausch gerne hätten. Worauf ich hinaus will, Geld ist politisch, Preise sind politisch und wir sollten deshalb die Frage, welche Verhältnisse Geld schafft, politisieren, uns einmischen, genau diese Transparenz erfordern und einfordern. Das ist nämlich das Äquivalent auf der ökologischen Seite. Landwirtschaft in Deutschland, im Moment total im Stress und zwar aus zwei Gründen. Dieser ist der erste, den ich machen möchte, das ist nämlich auch, dass wir dort die Wertschöpfung nicht akkurat abbilden. Wir bilanzieren die Erträge in der Landwirtschaft mit den Preisen, die dafür bezahlt werden. Aber diese Preise sagen eben nicht die Wahrheit. Wenn ich daran interessiert bin, die Systeme, die Versorgungssicherheit generieren können, also systemrelevant sind, CO2-Speicher im Boden, Wasserreinigung, Luftreinigung, Artenschutz oder so etwas wie überhaupt die Erosion der Böden aufhalten, Grundwasser nicht verschmutzen etc. ist ja sehr eng gekoppelt mit dem, wie ich diese Erträge in Tonnen an Reis etc. gemessen, bei uns nicht Reis, eher Mais, gemessen produziere. Und da laufen sehr, sehr viele versteckte Kosten auf, die aber eben nicht in den Preisen an der Kasse sind, aber natürlich irgendwo in unserer Volkswirtschaft auflaufen. Und das sind eben bei 100 Milliarden Euro pro Jahr, hat die Boston Consulting Group vor zwei, drei Jahren ausgerechnet. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, der das Ganze so paradox macht. 21 Milliarden Euro ist der offizielle Umsatz, also Geldwerte. 90 Milliarden externe Kosten, die wir da nicht sichtbar drin haben in dieser Bilanz. Und jetzt kommt es dazu, wir reden aber nur von 0,7% der Brutto-Wertschöpfung Landwirtschaft, weshalb wir ganz oft darüber sprechen, dieser Sektor ist bei uns nicht so relevant. Die Brutto-Wertschöpfung im zum Beispiel unternehmischen Dienstleistungen, auf die ich gleich noch ein paar zurückkomme, wo die Leute sehr hohe Stundenlöhne haben etc., die wird als relevanter gesehen für unsere Gesellschaft, obwohl wir uns ja fragen könnten, wovon können wir vielleicht ein bisschen weniger haben? Steuerberater, Finanzberater, Tatatata oder Nahrungsmittelproduktion. Wieder, die Preise sagen nicht so richtig, wo wir stehen. Und die Wertschätzung für diejenigen, die sich darum bemühen, hier die Systemrelevanz zu erhalten, passen überhaupt nicht zusammen. Während wir dann tatsächlich, gerade ist eine spannende Studie von der Finanzwende, auf die ich gleich noch eingehe, großer Tipp, Gerhard Schick kommt heute auch noch um drei hier, geht ihm zu hören, 648 48 deutsche Bankangestellte über eine Million Gehalt bekommen. Im Moment, die waren doch auch systemrelevant. Die konnten wir ja nicht pleite gehen lassen, die Banken. Und dadurch haben wir in der Finanzkrise dafür gesorgt, dass diese systemrelevanten Organisationen weiter Bestand haben. Aber die, die sich ums Soziale und Ökologische kümmern, da ist es sehr viel schwerer, in irgendeiner Form dieses Argument in auch politische Macht zu übersetzen. Und deshalb ist die Wertmessung so wahnsinnig wichtig, mit der wir das alles argumentieren. Das ist der zweite Punkt, Wertmessung. Also wie, was drückt das Äquivalentgeld eigentlich aus? Und da sind wir bei den Ökosystemdienstleistungen. Hier nochmal zusammengefasst, warum das überhaupt nicht weich, soft oder irgendetwas ist. Hier geht es ja wirklich darum, dass wir die Ressourcen, sei es das Holz zum Bauen, sei es im Grunde genommen auch zum Verfeuern beispielsweise, sei es Materialien, die wir aus dem Boden holen, um sie irgendwo einzusetzen, also die ganzen harten Ressourcen, die wir sehen, aber eben auch die Dienstleistungen, die ich eben erwähnt habe, das Säubern, das Wiederbereitstellen etc. Das läuft weitgehend ja hinter unserem Rücken ab. Die Alliance Business for Bidiversity hat gerade durchgerechnet 55% des Bruttoinlandsprodukts hängen eigentlich ziemlich direkt davon ab, dass diese Wertschöpfung kontinuierlich in einer Form fortbestehen kann. Das heißt aber auch, dass wir verstehen müssen, wenn wir zu stark da eingreifen, dass wir diese Systeme und wie sie funktionieren und die Werte, die sie dabei generieren, kaputt machen. Und das sehen wir nicht, wenn wir rein mit Geldwerten operieren, auch wenn das schon ein wichtiger Schritt ist. Das ist die Weltbank. Die haben vorher gesagt, das ist so ein bisschen egal. Also wenn du Ökokapital oder Naturkapital kaputt machst und das aber in soziales Kapital, also sprich beste Institutionen investierst oder in Menschen investierst, dann ist das in der Summe irgendwie alles positiv. Jetzt haben sie angefangen und haben gesagt, dass es eigentlich the changing wealth of nation braucht und sagen, hm, ist nicht so ganz easy. Also wenn wir das mit dem Naturkapital alles kaputt machen, keine gute langfristige Strategie. Aber, und das sieht man da in diesen Messgrößen, es geht nur darum, wie viel Geld aus der Nutzung der Ökosysteme gemacht wurde. Das ist das, was diese Studie anzeigt. Und dann sieht man natürlich, dass das in Ostasien und im Pazifik sehr gut aussieht. Wenn man sich aber die Studien dazu anguckt, die wirklich schauen, was ist mit Entwaldung passiert, was ist damit mit Biodiversitätsverlust passiert, welche Verschmutzung wird damit vorangetragen, dass diese Entwaldung und diese Nutzung des Naturkapitals sehr volkswirtschaftlich relevant vorangetrieben wird. Dann sieht es sehr anders aus. Dann kommen wir nämlich in diese planetare Grenzen, die ganz anders gemessen werden, nämlich in physischen Einheiten. Und da ist Klimawandel die eine, wir haben Biodiversität und Integrität, Artensterben das andere. Und wir haben neue Einträge, die Art, wie wir Chemikalien oder Plastik, Mikroplastik verteilen. Das sind alles Risikozonen, wo, wenn die Anzahl zu hoch wird, wir eigentlich davon ausgehen, dass die Wertschöpfung, die wir gewohnt waren, nicht mehr sofort bestehen kann. Und wenn man sich die Karte dann nämlich anguckt, das ist jetzt eine Studie 31.05., gerade vor ein paar Tagen rausgekommen, der Earth Commission, dann sieht die Karte nämlich eher so aus. Und wir sehen, auch Europa sieht gar nicht so super aus. Da sind links in der Rubrik sind die Number of Boundaries transgressed. Also Klimawandel, Biodiversität, wir haben auch nicht besonders viele Ressourcen unterm Boden, dafür haben wir viele Nitrat- und Phosphoreinträge etc. Die Landnutzung und die Frischwasserversorgung. Das heißt, eine komplett andere Perspektive darauf, ob wir das Naturkapital schützen oder nicht, ob wir Preise nehmen, die eben nicht diese ökologische Wahrheit sagen, oder ob wir sagen, hey, wir nehmen vielleicht mal Indikatoren, die uns verstehen lassen, wie diese Beziehungsebene in der Realität funktioniert. Und wenn wir über Preise steuern wollen, dann müssten wir doch die Preise der Realität anpassen. Und das Gute ist, dann könnten wir auch viele Dinge komplett anders steuern, ohne zum Beispiel mehr Schulden aufnehmen zu müssen. Das ist das Ariadne-Forschungsprojekt, was in Deutschland mal geguckt hat, wenn wir einfach umwidmeten, was wir besteuern, dann bräuchten wir gar nicht Neuverschuldung haben, sondern wir könnten im Grunde genau einfach anders steuern. Das heißt, andere Geschäftspraktiken den Bauern ermöglichen, den Wiederaufbau dieses ökologischen Kapitals voranzutreiben, weil wir sagen, der Tauschwert für diese Leistung ist äquivalent zu dem, was du tust. Und du musst das nicht quasi ehrenamtlich machen oder durch philanthropisches Geld, weil du trotzdem dieses Ziel erreichen möchtest, aber unsere Marktpreise dir das gar nicht erlauben. Und deshalb ist es so wichtig, diese Lenkungswirkung, also immer die Wirkung dessen, was wir mit Geld anstellen und wo es in die Welt kommt, wer es in die Welt kommt und zu welchem Zweck, wirklich immer wieder zu hinterfragen. Und deshalb sind solche Initiativen so wichtig, dass jetzt ESG, Ecological oder Environmental Social Governance, das sind neue Standards bei Geschäftsmodellen, um zu gucken, wie sieht das aus mit der Wertschöpfung. Also werden da Arbeitsplätze geschützt? Sind das gute Arbeitsplätze? Wie gehen die mit ihren Ressourcen um? Das ist noch ein sehr reaktiver Standard. Da kommt jetzt viel aus der Europäischen Union, aber auch sowas wie Larry Fink, BlackRock, da ist im Finanzmarkt auch mal ein Treiber gewesen, als der gesagt hat, ich möchte wissen, wie Ihre Klimarisiken aussehen. Da ist sehr viel Bewegung reingekommen in dem Umsortieren von Portfolios und Investitionen, was dann natürlich Cashflows in eine andere Richtung orientiert. Und deshalb ist die Frage, wie können wir denn eigentlich dafür sorgen, dass Cashflow in die Richtung wirkt, dass wir auch eine Aufbewahrung bzw. eine Regeneration der Werte hinbekommen, von dem wir sagen, dass wir in Zukunft abhängig sind. Und dann ist es natürlich hochprekär, wenn jetzt gerade aus der Europäischen Union beispielsweise im Green Deal der Act to Regeneration and Restoration of Nature geplant ist, wo es genau darum ging, weil selbst die Schutzgebiete bis zu 81% in keinem guten Zustand sind, also nur weil wir gesagt haben, es sind Schutzgebiete, wenn sich keiner darum kümmern kann, weil es dafür keine Vergütung gibt, gibt es überhaupt keine Garantie, dass es dort super aussieht, wird gerade abgeräumt unter der Führung von Herrn Weber, der bei uns für die CSU in der konservativen Fraktion im Europaparlament massiv dagegen lobbyiert, mit rechtspopulistischer Hilfe, unter dem Argument, wir können uns das nicht leisten, insbesondere für die Bauern und Bäuerinnen nicht, weil die Nahrungsversicherung sonst gefährdet sei. Dabei geht es ja genau darum zu sagen, wir hätten gerne ein paar mehr Ernten in der Zukunft nämlich, indem wir die Art, wie wir die Böden nutzen, auch so ausstatten, dass sie das langfristig können. Und dann stellt sich wieder die Wissenschaft hin und sagt, 860 in dem Fall, könnt ihr bitte langfristig denken, könnt ihr bitte anders bilanzieren, könnt wir bitte dafür sorgen, dass zumindest die Anreizsysteme und das Geld, das sind ja 30 Prozent des EU-Aushaltes, die direkt an die Landwirte gehen, so einsetzen, dass das eine Form von Wertschöpfung ermöglicht, die uns langfristig gut versorgen kann. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur den Flow anzugucken, sondern eben auch die Stocks, das ist so die einfachste Grafik für System Thinking. Es geht rein, es geht raus. Und Geld ist eine reine Flow-Größe. Rein, raus. Aber was wir ja sichtbar machen müssen, ist, wie verändern sich Bestände in der Art, wie das Geld wirkt. Geht es darum, dass wir Naturvermögen wieder aufbauen können? Können wir soziales Vermögen halten? Oder gehen die Bestände immer mehr zurück? Und dadurch, dass immer noch irgendwas bezahlt wird, Thema Ahrtal, 40 Milliarden Euro werden bezahlt, aber eigentlich ist das ja nicht unbedingt, um einen Bestand zu erhöhen, sondern um erstmal etwas, was kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen. Und deshalb immer wieder zu fragen, was verändert sich in den Beständen, wenn der Cashflow unterwegs ist? Hier ist es nochmal zusammengefasst. Das produzierte Kapital, also das, was wir Menschen materiell zur Verfügung haben, ist super angewachsen, aber die Kehrtseite, die blaue Kurve, zeigt eben, dass das, was wir in Zukunft an natürlichem Wachstum und damit an Ressourcenversorgung etc. in Anspruch nehmen können, in der Zeit geschrumpft ist. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu fragen, welches Vermögen wollen wir aufbauen und erhalten? Und klar zu machen, dass eben finanzielle Vermögenswerte nicht immer im Verhältnis dazu stehen, was tatsächlich in der Realität stattfindet oder nicht. Und vor allem, wenn die finanziellen Vermögenswerte so stark anwachsen im Verhältnis zu einem in sich schon nicht so super Indikator Bruttoinlandsprodukt, der aber mindestens noch die reale Wertschöpfung versucht abzubilden, sprich die Tätigkeiten, für die wir bezahlen, dann ist etwas so ein bisschen gekippt. Es hat sich ungefähr verdoppelt, ja das Verhältnis zwischen den Finanzvermögenswerten und dem, was real passiert. Es sind nur noch um die 30% der Kreditvergabe der Banken, die in die Realwirtschaft gehen. Der Rest flottiert fröhlich in den Derivatmärkten rum. Aber dieser Cashflow hat nur noch ganz wenig zu tun mit der ursprünglichen Idee von dem, wofür wir diese soziale Technologie ja erfunden haben und wofür Staaten dann auch die Hand ins Feuer halten. Da ist ja eine Gemeinwohlsicherung mit dabei. Und wenn dann aber nur noch 30% tatsächlich in die Realwirtschaft geht und der Rest fröhlich in neuen Produkten, mind you, Finanzprodukte, wahrscheinlich alle nicht mal mehr in dieser Form, sondern mit Zahlen auf Bildschirmen, haben wir viel, viel, viel mehr von, als inzwischen Produkte im Supermarkt stehen. 1,5 Millionen verschiedene Derivate zu 25.000 verschiedenen Produkten im Supermarkt. Und das gesamte Kreditvolumen der Deutschen Bank als ein Beispiel aus besagter Studie der Finanzwende, 13% des deutschen Bruttoinlandsprodukt, davon 3% tatsächlich in die Realwirtschaft und die anderen 10 oder die anderen 1000% des deutschen BEP als Äquivalent von dem, was da stattfindet, gehen nur in diesen Derivatehandel. Wo ja aber die Wertschöpfung nicht mehr stattfindet, sondern nur noch Geldvermehrung. Und dann gibt es die Geldvermehrung in einer total exzessiven Form. Da kann auch keiner, glaube ich, mehr argumentieren, dass da irgendwo Wertschöpfung auf dem Weg passiert. Das ist dieser Hochfrequenzhandel. Rein spekulativ. Hat unfassbar zugenommen. Und dann bilanzieren wir zum Schluss vielleicht Geldvermehrung bei einigen wenigen AkteurInnen. Aber dieser Vermögensaufbau hat ganz wenig nur noch mit dem zu tun, wofür wir diese Technologie in Einsatz bringen sollten. Und dann ist ja noch die spannende Frage, wie einige besonders aktiengezeichnete Unternehmen da auch direkt dazu beitragen, dass nicht mal in dem Moment, wo die Besteuerung ansteht, dann wenigstens ein Teil von diesen Zugewinnen wieder zurück in die Haushalte eigentlich zurückfließen, die dann wiederum die Kompensation für die ökologischen und sozialen Schäden machen könnten oder die Primärvergütung verbessern könnten im öffentlichen Dienst. Und das sind nämlich die Besteuerungsorte, Steueroasen. Das ist total interessant. Man sieht in Puerto Rico oder auch Irland, wo natürlich die Steuersätze ganz anders sind, wie eigentlich das Verhältnis von ausländischen Firmen zu lokalen Firmen ist. Da sind unheimlich viele ausländische Firmen ansässig. Und das Spannende ist, Thema Produktivität beim Finanzsektor selber sieht gut aus da, wenn man gar nicht so viel Kosten hat, nämlich Steuern etc. 238.000 Euro Gewinn pro Angestellte versus in anderen normalbesteuernden Ländern 65.000 Euro. Das heißt da wieder, wo fließt der Cash hin und was passiert damit? Hat eine unglaubliche Auswirkung auf das, wie unsere Zukunft aussieht. Für alle Berlinerinnen, ihr seht es, ihr wisst es, momentan ist es natürlich ein sehr interessantes Anlagegut, Wohnraum, weil wir ihn alle brauchen. Wenn wir nicht überlegen, wie die Cashflows orientiert werden und welcher Mehrwert oder Kriterien damit erfüllt werden sollen, dann ist das die Perspektive auf Investitionen in die Stadt. Ich war gerade beim Immobilienkongress, da ist der Begriff Mietsteigerungspotenzial ganz vorne, ob externe Investoren aus anderen Ländern hier hinkommen oder nicht. Wir können ja aber auch sagen, Investitionen, die nicht nur Extraktion sind für Leute, die noch am anderen Ort der Welt sitzen, haben ganz klare Parameter zu erfüllen und dann sieht unsere Zukunft, je nachdem, wo der Cash hinfließt, eben auch ganz anders aus. Und deshalb der letzte Begriff, den ich heute mit Ihnen ein bisschen hacken will, Wachstum. Es ist nämlich nicht die Summe an Geld, die in einer Gesellschaft zirkuliert. Es ist die Verfügbarkeit von Angeboten, die Wohlergehen garantieren, Versorgungssicherheit, sozial wie ökologisch. Und es ist die Verfügbarkeit dieser Lösungen für menschliche Probleme, die das Leben relativ besser machen und uns reich. Das ist die Definition von zwei Ökonomen, Nick Hanauer und Eric Beinhocker von dem Institute of Economic Thinking in Oxford. Die sind auch systemische Denker. Und deshalb als Abschluss drei relevante Antworten, wenn wir uns diesen Geldfunktionen nähern und fragen, wie können Sie uns denn heute eigentlich Zukunftsgestaltung verbessern? Erstens, Wertschätzung ist in allen Preisen und Vergütungen eingebaut. Das ist nicht objektiv. Das ist gemacht. Mischen wir uns ein und sagen, wir hätten gerne Transparenz darüber und auch die Frage, wer sie macht und warum. Besonders wenn Marktstrukturen nicht mehr viele Anbieter, viele Nachfragen sind, sondern Oligopole, dann ist das eine Aufgabe für die Politik. Wertschöpfung ist nur dann eine positive Story, anstatt dafür sagen, wow, Wertschöpfung, super gelaufen, Produktivität, Stauung, Bombe, wenn Kostenwahrheit steht, die uns anzeigt, was in der Realität für Menschen und für Natur passiert. Und Vermögen ist mehr als Cashflows. Im Endeffekt ist Vermögen ein Verb. Wir vermögen, das in die Zukunft zu bringen, von dem wir sagen, dass sie uns ein lebenswertes Umfeld und eine lebenswerte Gesellschaft anbieten. Und deshalb, let's talk cash. Lasst uns tyrannesisch beenden. Es sind nämlich Zyniker, die den Preis von allem wissen, aber den Wert von nichts. Und tyrannesisch war der Begriff von E.O. Wilson, der gesagt hat, zu abstrakte Werte, nur noch Zahlenkolonnen, mit denen agiert wird und hinter denen alle Realität, alle Schicksale verschwinden, sind eine Form, sich diesen Konsequenzen nicht stellen zu müssen. Das können wir aber ändern. Und das ist unser Auftrag. Und besonders die technologische Wizard-Community kann ganz viel zu dieser Transparenz beitragen und sich einmischen und diese einfordern. Herzlichen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020